Das Transfertheater um Pierre-Emerick Aubameyang hat endlich ein Ende. Der Torschützenkönig wechselt für 63,75 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Arsenal. Das gab der BVB nach wochenlangen Poker am Mittwoch bekannt. Zuvor wurde in Dortmund intensiv nach einem Nachfolger für den Mittelstürmer gesucht. Und der heißt nun Mishi Bacuayi. Der Belgier, der beim FC Chelsea über eine Reservistenrolle nicht hinausgekommen war, wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Im Gegenzug wechselt Olivier Giroud von Arsenal zum englischen Meister. Nach viereinhalb Jahren, 144 Bundesligaspielen und 98 Ligatoren endet nun also das Kapitel Pierre-Emerick Aubameyang. Und bei Borussia Dortmund wird jetzt wohl wieder Ruhe einkehren.